Guten Abend, mein Name ist Dietmar Damen und ich möchte euch gerne Duolive vorstellen. Bitte kurze Informationen auf dem Chat, wie ihr mich hört von 1 bis 10. 1 heißt schlecht, 10 heißt perfekt. Okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr mich hört, weil ich habe gerade eben schon einen Test gemacht. Dementsprechend fange ich einfach an. Mein Name ist Dietmar Damen und ich arbeite mit Duolive zusammen und möchte euch das jetzt mal vorstellen. Und zwar geht es um die Idee der Gesundheitsbusinessclubs. Hier möchten wir uns an den Dalai Lama anlehnen, der mal gefragt wurde, was er denn über die Menschen denkt. Und dabei gesagt hat, der Mensch opfert seine Gesundheit, um Geld zu verdienen und danach opfert er das verdiente Geld, um seine Gesundheit wiederzulangen. Und gleichzeitig ist er so besorgt über seine Zukunft, dass er in der Gegenwart nicht glücklich ist und nicht lebt. Und hier haben wir Soft-Marketing. Soft-Marketing basiert auf drei Säulen. Einmal generelle Tendenzen, der Mensch steht im Mittelpunkt und kombinierte Lösungen. Ich werde Ihnen heute bei dieser Präsentation vier Bereiche vorstellen. Das ist einmal Gesundheit und Geld, dann Freundschaft und eine Gemeinschaft, Wissen und Entwicklung und Gewissen und etwas von uns zurücklassen. Außerdem haben wir vier Problemfälle oder vier Bereiche. Einmal die zivilisatorischen Herausforderungen, dann unser Partner Duolive, die finanziellen Möglichkeiten und die Werkzeuge, die Sie nutzen können, um das Ganze zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass die sieben Milliarden Menschen auf der Welt einfach nur glücklich sein wollen. Was die Definition von Glück für jeden Einzelnen ist, das ist ganz unterschiedlich. Aber was wir wissen ist, was die Grundlage des Glücks ist. Und zwar ist das die Gesundheit. Ohne die Gesundheit kann man eigentlich nicht wirklich glücklich sein. Ich kann Ihnen auch hier ein Beispiel geben. Wenn Sie irgendwo in der Karaibik in einem Superhotel sitzen, dann wenn Sie Kopfschmerzen haben, Ohrschmerzen haben oder Zahnschmerzen haben, dann werden Sie nicht auf das Superbuffet achten, nicht auf den Superstrand achten, nicht auf das Superhotel achten, sondern dann wollen Sie nur so schnell wie möglich einen Arzt sehen. Das bedeutet halt, wenn wir glücklich sein wollen, dann müssen wir erstmal dafür sorgen, dass unsere Gesundheit dementsprechend auf Vordermann gebracht wird. Und hierbei müssen wir bedenken, dass wir viele zivilisatorische Herausforderungen zu bewältigen haben. Einmal ist das die falsche Ernährung, dann ist das, dass wir viel zu viel Chemie in unseren Lebensmitteln haben, dann der tagtägliche Stress, Vereinbarung Budgets, Termine, Telefone und die Umweltverschmutzung. Diese vier Faktoren haben die meisten Menschen auf ihre Rechnung. Aber den fünften Faktor, die Parasiten, die bedenkt kaum jemand. Heute geht man davon aus, dass in Europa sogar 90% der Menschen Parasiten haben könnten. Und das macht auch Sinn, wenn Sie Kontakt mit Tieren haben, regelmäßig in den Wald gehen, regelmäßig Sushi essen oder regelmäßig Steaks essen, die nicht ganz durchgebraten sind. Dann ist eine große Chance, dass Sie Parasiten haben. Das sind die fünf Probleme. Und jetzt, wenn wir uns unseren Körper anschauen, dann müssen wir wissen, dass unser Körper sich bis auf einige wenige Nervenzellen alle sieben Jahre komplett regeneriert. Und das ist ein fortschreitender Prozess. Heißt, alle zwei, alle Minute entstehen zwei Millionen neue Zellen und sterben zwei Millionen Zellen ab. Und das kann man vergleichen mit einem Hausbau. Beim Hausbau brauchen Sie den Plan vom Architekten. Und genauso ein Plan vom Architekt ist unsere DNA. Die DNA weiß genau, was sie machen muss, wie sie uns aufbauen muss. Braucht dafür aber jeden Tag 60 Mineralstoffe, 16 Vitamine, 12 Aminosäuren und Omega 3, 6 und 9 im richtigen Verhältnis. Und das müssen wir jeden Tag an unseren Körper liefern. Was wichtig ist zu wissen, dass ein Teil dieser Nährstoffe, dass wir die nicht einlagern können. Das heißt, dass wir die regelmäßig brauchen. Deshalb empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, dass wir fünfmal am Tag kleinere Mahlzeiten zu uns nehmen sollten. Wenn wir über die Mahlzeiten sprechen und über unsere Nahrungsmittel sprechen, dann ist die Statistik von der Geiger Pharmazeutica in der Schweiz sehr interessant. Die hat von 1985 bis 2002 verschiedene Nahrungsmittel untersucht. Die Liste ist im Internet, die ist auch viel, viel länger. Aber wir haben ein paar Beispiele dazu genommen. Wenn Sie sich mal anschauen, wie Brokkoli, Kartoffeln, Spinat und Banane, wie die Nährwerte zurückgehen, wie wir Abfälle von 55%, 73%, 48%, 95% haben, dann wissen wir, dass wir das, was wir von dem Essen kriegen, heute nicht mehr nutzen können, um unsere Gesundheit zu erhalten. Woran liegt das? Ist relativ einfach. Wir haben unfruchtbaren Boden. Der Boden wird durch Monokuren ausgenutzt und wird nur mit drei Mineralien wieder neu versorgt, und zwar mit Stickstoff, Phosphor und Kalium. Wir sind damit nicht alleine, weil 1936 im US-Senat wurde das Dokument 264 verabschiedet, in dem klar festgestellt wurde, dass in der USA der Boden mineralstoffarm ist. Und genau das gleiche haben wir auch heute in Deutschland. Das kann man auch erklären. Einst hat der Bauer jedes Jahr was anderes angebaut und jedes dritte Jahr ein Ruhejahr eingelegt für die jeweilige Parzelle. Heute ist der Bauer eigentlich mehr ein Chemiefachwirt und bedient Riesenmaschinen mit Computer und GPS und allem, was dazu gehört. Bedeutet aber auch, wenn ich spezialisiert bin auf Kartoffeln kann ich nichts anderes anbauen, wenn ich spezialisiert bin auf Maiskolben kann ich nichts anderes anbauen. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut über die Statistik der letzten 50 Jahre, dann sieht man hier, das ist zwar auf Polen bezogen, aber ist in Deutschland ähnlich. 1960 gab es 37% der Todesfälle waren durch zivilisatorische Krankheiten bedient, sprich Herz-Kreislauf-Krankheiten und durch Krebskrankheiten. Ob man einmal 50 Jahre weiter geht, ist die Situation schon dramatisch. 48% Herz-Kreislauf-Krankheiten und 26% Krebskrankheiten. Und man weiß heute schon, dass die Krebskrankheiten weiter ansteigen werden. Das bedeutet, 74% aller Menschen in Europa bis auf Frankreich sterben zu früh durch zivilisatorische Krankheiten. Und das kann man hier an dieser Bälle sehr schön absehen. Der Rückgang der Nährstoffe in unseren Nahrungsmitteln und die Zunahme der Todesfälle wegen Zivilisationskrankheiten. Und die gute Nachricht ist, Sie haben die Wahl. Es hängt davon ab, was Sie essen, es hängt davon ab, was Sie trinken, es hängt davon ab, wie Sie schlafen. Eine gute Hilfe hierfür kann für Sie die Andi-Liste sein. Die Andi-Liste ist eine Liste, in der Sie viele, viele Nahrungsmittel finden, die gleichzeitig gewertet sind im Verhältnis von Nahrungswert zu Kalorien. Umso mehr Nahrungswert, umso weniger Kalorien, umso höher ist die Punktezahl. Und hier ist der Grünkohl der absolute Spitzenreiter. Bedeutet auch, dass ich den Grünkohl zu meiner Diät dazugenommen habe. Früher habe ich mich viel mehr in den Bereich hier bewegt, heißt diesen roten Bereich. Den sollte man vermeiden. Man sollte halt einfach schauen, dass man so viel wie möglich aus dem grünen und eventuell aus dem gelben Bereich isst. Aber das ist nicht alles, was wir machen müssen. Wenn wir uns das anschauen, um wirklich uns gesund zu fühlen und auch gesund zu sein, natürlich müssen wir das Richtige essen, brauchen wir die richtige Diät. Das bedeutet, fünfmal am Tag essen, genügend trinken und genügend schlafen. Aber ganz wichtig ist auch, dass Sie täglich 10 bis 15 Minuten eine Entspannung finden, relaxen. Und fünfmal die Woche mindestens 30 Minuten Sport betreiben. Das sollte kein Hochleistungssport sein, weil der ist eher schädlich als positiv. Aber es sollte eine körperliche Aktivität sein. Das ist doch leider heute sehr, sehr vernachlässigt bei den meisten Menschen. Aber was Sie heute auch wissen, allein diese drei Tätigkeiten oder drei Änderungen nützen nichts. Sie brauchen auf jeden Fall die richtigen Nahrungsergänzungsmittel hierzu. Und hier können wir zum Beispiel Dr. Juel Wallach nehmen, der zum Nobelpreis nominiert war. Der sagte ganz klar, wenn Ihr Arzt Nahrungsergänzungsmittel nicht anerkennt und Sie länger leben wollen, dann sollten Sie so schnell wie möglich Ihren Arzt wechseln. Und auch schon vor zweieinhalbtausend Jahren hat Hippokrates ganz klar gesagt, lass die Nahrung deine Medizin sein und Medizin deine Nahrung. Die Antwort hier drauf ist Duolive. Duolive ist eine Aktiengesellschaft, die im Süden von Polen in der Nähe von Krakau sitzt. Unsere Produktionsstätte ist im Süden von Polen in der Nähe von Bielskobjawa. Hier haben wir die modernsten Produktionsanlagen und es wurde über 10 Millionen Euro investiert, um hier wirklich auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Die vier Mitbegründer, die auch Vorstand bzw. Beirat sind, sind diese vier Herren, die wirklich gemeinsam viele, viele Neuigkeiten erarbeiten und es dazu gebracht haben, dass Duolive in den letzten drei Jahren ein Wachstum von über 1000 Prozent hingelegt hat. Für mich, das Herz der Firma, ist der Vorsitzende vom Wissenschaftlichen Beirat. Das ist Dr. Pjot Kadasch. Dr. Pjot Kadasch ist ein Biologe und er hat den Großteil unserer Produkte erarbeitet, kreiert innerhalb der letzten 16 Jahre. Und der Gesamt, hier sehen Sie den gesamten wissenschaftlichen Beirat. Mittlerweile ist dieser Beirat international. Für uns ist ganz wichtig, dass diese Fachleute sich die gesamte Zeit darum kümmern, wie können wir die Produkte und die bestehenden Produkte verbessern bzw. auch neue Produkte an den Markt bringen. Wir haben fünf Regeln, wie unsere Produkte produziert werden. Erstens, keinerlei Konservierungsstoffe, keinerlei Geschmacksverstärkungsstoffe, keinerlei Chemiestoffe. Zweitens, keinerlei genmanipulierte Mittel dazu zu geben. Drittens, für alle flüssigen Mittel haben wir nur Glasflaschen, da diese in kaum eine Reaktion mit dem Produkt gehen, sondern eher dafür sorgen, dass die Flüssigkeit strukturiert wird, was für unseren Körper sehr viel positiver ist. Das Vierte, ganz wichtig, wie wir das Produkt stabilisieren, über die Technologie IHHP. Das ist Paskalisierung. Das bedeutet, bei sehr hohem Druck, niedrige Temperatur und dadurch sind unsere Produkte stabilisiert und brauchen keine Konservierungsstoffe. Und die fünfte Regel ist, und das ist auch ganz wichtig, nur vollständige Inhaltsstoffe. Das bedeutet nicht nur den reinen Kern vom Vitamin, sondern auch den biologischen Hintergrund, der dazugehört. Das ist ganz wichtig, weil dieser biologische Hintergrund auch eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserem Körper wahrnimmt. Und das hat dazu geführt, dass wir sehr viele Preise, Zertifikate und Auszeichnungen erhalten haben. Mehr hiervon können Sie auf unserer Internetseite finden, weil auf dem Slide passen halt einfach nicht alle Preise drauf. Und jetzt werden die Produkte vorgestellt von Dagmara Sassade. Als Ernährungsberaterin kann sie Ihnen sicher viel besser erklären, wie das Ganze funktioniert. Ja, wunderschön. Ich bin auch gut zu hören. Vielleicht kann jemand kurz im Chat was schreiben, ob es gut zu hören ist. Ja, perfekt. Ich bin Ernährungsberaterin, habe kinderische Medizin studiert, bin in der Naturpraxis tätig und habe diese Duo-Life-Produkte vor zwei Jahren kennengelernt. Was mich begeistert hat, Duo-Life-Produkte sind einmalig, weil sie für mich so die Supplemente unter den Ferraris sind. Die Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich, wie schon von meinem Kollegen vorgestellt. Wir fangen jetzt an mit Duo-Life-Bag. Das ist ein einzigartiges Produkt, ein flüssiges Produkt, was am Tag uns unterstützen soll, dass wir einfach gut funktionieren, dass der Stoffwechsel gut funktioniert, der Blutzucker gut reguliert wird, Cholesterinwerte in Ordnung sind und einfach auch schützt uns vor Giftstoffen. Wenn man sich die ganzen Inhaltsstoffe da anguckt, sind die von alleine schon toll, wie Noni-Frucht oder Akai oder Granatapfel, Sandorn, Wildrose, Ginseng, sehr stärken aus der kinderischen Medizin. Also diese Duo-Life-Flasche ist einfach einmalig für den Tag, damit wir gut funktionieren. Dann gibt es natürlich auch Duo-Life-Nacht, damit wir eben nachts entspannen, aber dass der Körper einfach neu aufbaut. Das Duo-Life-Nacht bindet auch Toxine, entgiftet, hilft bei Reparatur- und Regulationsprozessen, hilft der Leber einfach beim Entgiften, ist einfach wieder für den Stoffwechsel nachts gemacht. Ich habe vielen Patienten schon die Produkte weiter empfohlen und die Aussage war, endlich weiß ich, was Nacht und Tag ist, weil sie den Stoffwechsel endlich spüren, weil es alles gut läuft. Und viele Leute nehmen auch einiges ab, so von den Giftstoffen, die sie im Körper hatten, die Kilos dargestellt haben, haben auch durch Duo-Life-Tag und Nacht einfach ihr Gleichgewicht wiedergefunden. Jetzt kommen wir zum nächsten Produkt, das ist Vitamin C. Brauche ich nicht zu erzählen, was Vitamin C wichtig ist für unseren Körper. Es ist aus drei tollen Fruchten gemacht, Acerola-Kirsche, Wildrose, Kammerbeere. Die sind sehr stark an Vitamin C-haltig und flüssig, wird einfach sehr gut aufgenommen, baut unser Immunsystem auf, ist das stärkste Antioxidantium. Chlorophyll-Flasche, meine Lieblingsflasche, das verbessert die Qualität des Blutes, reinigt den Körper, entgiftet, weil die Chlorella-Alge, Mikroalge da drin ist. Es hilft den Körper, sich auch zu regenerieren, versorgt es mit Sauerstoff, deswegen flüssiges Blut, auch Chlorophyll genannt, bekämpft die Müdigkeit, Stress. Ich trinke das gerne über den Tag mit Wasser verdünnt und habe so eine Art Erfrischung und Entgiftung des Körpers den ganzen Tag. Aloe ist ein tolles Produkt, was schon von anderen Firmen auch auf dem Markt ist. Diese Aloe ist etwas Besonderes, weil er hat nicht nur Aloe-Saft da drin, sondern Alpha-Alpha, Spossen, Blütenheulich, Oregano. Es entfernt auch die Toxine, unterstützt das Immunsystem, beschleunigt die Regeneration der Zellen, Heilung von Wunden, ist für Verbrennungen sehr wichtig, kann auch auf äußere Verbrennungen Haut das auftragen. Ja, Aufbau der Dampfflora unterstützt es, also ist auch ein tolles flüssiges Produkt. Kollagen ist ein Produkt, was seit, ja, seit eineinhalb Jahren bei uns bei Duo Life ist, ist ein, eigentlich Kollagen ist überall im Körper, im Gehirn, in allen Zellen, Gefäßwänden, Organen, Haut, Sehnen und Bänder. Und Kollagen befeuchtet und macht elastisch innere Organe, nicht nur, auch die Haut, Haare, Nägel stärkt es, das heißt, es ist anti-agent von innen und von außen. Kollagenproduktion senkt nach 30. Lebensjahr, wir altern, das sind die normalen Prozesse. Und Kollagen, selbst aufbauend, kriegt man das nicht mehr so gut, weil es einfach immer weniger wird. Deswegen diese Kollagen, was aus Meereskollagen gemacht wird, aus Fischen, die nur Pflanzen essen, wird am besten vom Körper aufgebaut. Dieses Rindkollagenkapsel, was man woanders kriegen kann, wird nicht so vollständig vom Körper aufgenommen. Und Kollagen, 30 Prozent des Gesamtgewichts eines Menschen ist Kollagen, 70 Prozent im Auge ist auch Kollagen. Dann kommen wir jetzt schon zu den Produkten, wo es um die Kapseln geht. Und Prostik ist auch ein tolles Produkt, wo wir Knochen, Gelenke, Bindegewebe und Muskeln stärken können. Es ist auch Kollagen da drin und ist eigentlich verbessert, den Stütz- und Bewegungsapparat, regeneriert Bindegewebe. Viele Sportler nutzen es, aber nicht nur Sportler, wenn wir uns ein bisschen bewegen oder schon ein Bewegungsapparat einige Jahre auf diesem Planeten, was bewegt hat, brauchen wir die Unterstützung von Prostik. Ich gebe das oft in Verbindung mit Kollagen. Dann, Borrelis Pro ist ein tolles Produkt gegen Allergien, Parasiten, Viren und Pilzen im Körper. Eliminiert Borrelis, Bakterien im Körper, wirkt auch bei möglichen Infektionen wegen dem Oregano da drin, das ist das stärkste Antibiotika. Oregano wirkt antialergisch, verbessert, unterstützt Leberfunktion. Ja, ist gegen Viren, Bakterien, ist ein tolles Produkt. Kommen wir zum Prostelekt, ist ein Immunsystem stärkendes Produkt. Es hat Shitake und Reishi da drin, das sind Vitalpilze, die unheimliche Vitalität im Körper geben. Ich kenne Reishi von, bei vielen amerikanischen Kliniken, Privatkliniken wird Reishi bei Krebsbehandlung eingesetzt. Es wirkt sehr stark im Körper, es ist Immunsystem aufbauend und Shitake genauso und Paprikosenkernextrakt, das ist Vitamin B17, steht hier falsch, B1 steht nur, B17 ist das. Das ist auch sehr Krebsvorbeugend bzw. Krebshemmend im Körper. Also Prostelekt ist für Immunsystem stärker. Dann kommen wir zu Procardiol, wie der Name schon sagt, es ist für Herz und Kreislauf. Procardiol verbessert aber das Herzmuskel, Herzkranzgefäße, verbessert erlazierte Blutgefäße und auch das zentrale Nervensystem reguliert größeren Spiegel. Bei dem besten Produkt haben wir Promigrenum, so wie der Name schon sagt, geht es um Migräne, Kopfschmerzen, chronische Schmerzen und da kann ich aus der Praxis sagen, ich habe ein junges Mittel, was schon seit Jahren Migräne hat. Sie hat jetzt Promigrenum angefangen zu nehmen und es wird von Woche zu Woche besser und sie hat echt nie verdammt geglaubt, dass es so schnell geht. Also ist ein tolles Produkt bei Kopfschmerzen und dem Migränen. Prorelexen ist so für mich so gegen Stress, schlechte Stimmung, Hormone, ich sage so natürliche Antidepressiva. Also wenn wir alle irgendwie gerade zu viel um die Ohren haben, das kennt jeder, irgendwie ab und zu passiert das. Dann ist Prorelexen wirklich ein tolles Produkt, wo wir uns aufbauen können, wo wir in bessere Stimmungslage reinkommen und den Stress beseitigen können und auch danach besser schlafen können. Es hat auch viele tolle Sachen drin, Lavendelblüten, Melissenblätter, das ist alles, was beruhigt und einfach unheimlich den Körper entspannt. ProSlima ist Effektverbrennung, Appetitreduzierung, ein Produkt, was fürs Abnehmen helfen soll. Es geht einfach um Stoffwechsel, der dann einfach angekurbelt wird und beziehungsweise Appetitreduzierung wird, dass man nicht so Heißhunger auf Süßes hat. Es hat sehr tolle Inhaltsstoffe drin, dieser grüne Kaffeextrakt, das hört man immer wieder, dass die Leute zum Abnehmen das zum Beispiel nehmen. Hier ist eine Mischung aus vielen Sachen, die wirklich den Stoffwechsel positiv beeinflussen. Dann haben wir ProBecided, ist ein Produkt, was Säurebasenbalance im Körper unterstützen soll, also entsäuert den Körper. Wir übersäuern durch den Stress und durch schlechte Ernährung, durch Zusatzstoffe, Giftstoffe in den Lebensmitteln, die wir leider haben, übersäuern wir sehr fest den Körper. Und das ist jetzt ein Produkt, was sehr gut den Säurebasenhaushalt unterstützen kann. Dann kommen wir weiter zu ProColterol. Wie der Name schon sagt, geht es um Cholesterinwerte und das wird oft zusammen mit ProColterol geben, weil es eben diese guten Spiegel beeinflusst, einfach von dem Cholesterin. Dann haben wir, jetzt die nächste Folie, ProSugar. Es geht um Diabetes und Aufrechterhaltung des gesunden Blutzuckerspiegels. Und das ist ein Produkt, was natürlich den Blutzucker positiv beeinflussen kann und reguliert den Zuckerstoffwechsel, hilft bei Bekämpfung der Symptome und Ursachen von Diabetes Typ 2, reguliert Insulinspiegel, verbessert Funktion der Bauchspeicheldrüse. So, dann Liquid Gold. Von Namen her ist es Gold wert, wenn man sich anguckt, was dieses Öl in sich hat. Das sind 13 verschiedene Öle plus Zusätze wie Vitamin K2, MK7, sehr wichtig, und Vitamin D3, was wir jeden Tag so ausnehmen sollten. Und die ganzen Öle, wenn man nur jetzt 3, 4 rausbequizen kann, entzündungswemmendiges Kracht, Mariendistinöl, super entgiftend, leberunterstützend. Hanföl, beruhigend, aber auch sehr viel Omega 3 und Leinöl genauso. Also diese ganzen Öle, ich habe die ganzen Öle als Ernährungsberaterin und gute Küche zu Hause, aber ich würde niemals, niemals in einen Löffel die ganzen 13 Öle reintun, dass ich dieses Verhältnis habe, was ich in diesem Liquid Gold habe. Also ich nehme es jeden Tag, seitdem das Produkt gibt, jeden Tag einen Löffel in den Mund oder auf den Salat portioniert und bin total glücklich. Omega 3 und Omega 6 in dem besten Verhältnis, was dieses Produkt mit sich bringt. Und noch K2 und Vitamin D3. Dann kommen wir zu dem nächsten Produkt, was nicht auf dem Markt ist. Das ist SunVital. Das ist ein, wie man sieht, für die Kinder. Auch Immunsystem stärken, aber auch bei Erkältung einzusetzen, ist auch tolle Mischung, was den Kindern auch schmecken wird. Es schmeckt sehr gut und wird dann einfach angewendet eben für Erkältungen und für Stärkung des Immunsystems. So, und jetzt gebe ich weiter an meinen Kollegen. Über die anderen Produkte wird der gleich jetzt weitererzählen. Danke. Dankeschön, sagt Mara. Gute Information. SunVital wird ab Juni. Das heißt, wir können im August unser Produkt zu geben, damit die ihre Immunität aufbauen können und damit die diesen Herbst und Winter komplett gesund dadurch laufen können. Die nächsten Produkte, die wir haben, das sind Produkte, die basieren auf Bakterien. Und zwar handelt es sich um Reinigungsmittel. Und zwar Reinigungsmittel ohne Chemie. Reinigungsmittel, die nicht stinken. Reinigungsmittel, die einfach dafür sorgen, dass ihre Umwelt zufriedener sein wird und sie aber genau den gleichen Effekt erhalten. Das sind Konzentrate, die können Sie bis zu 20, 25 Liter können Sie davon an Reinigungsmittel herstellen. Und dementsprechend kostet so ein Liter circa 45 Cent bis 90 Cent. Kommt drauf an. Ich selber nutze diese Mittel seit einigen Monaten und bin sehr zufrieden, vor allen Dingen, da diese Reinigungsmittel auch einen Memory-Effekt haben. Wenn Sie mehr über unsere Produkte wissen wollen, dann schauen Sie doch im Internet unter duolive.eu nach oder auf unserer Facebook-Seite oder unter YouTube. Oder wenn Sie interessiert sind, sich das Geschäft ein bisschen genauer anzuschauen, dann gehen Sie doch mal auf navigator.duolive.eu. Dort finden Sie wirklich eine ganze Menge an Informationen, die Ihnen helfen können, eine Entscheidung zu treffen, ob das das richtige Geschäft ist. Duolive arbeitet mit vielen Sportvereinen zusammen, arbeitet mit Spielen nationalen Verbänden zusammen, zum Beispiel dem polnischen Traditionellen Karate-Verband, dem polnischen Jujutsu-Verband, dem polnischen Tanzverband. Der Hintergrund ist, dass diese Verbände erkannt haben, wenn deren Mitglieder unsere Produkte nutzen, sind die einfach ausdauernder, gesünder, erholen sich schneller. Und falls mal eine Verletzung vorkommt, ist man wieder viel schneller im Training. Es gibt auch einige Sportler, die heute unsere Produkte nutzen und diese ganz, ganz klar empfehlen. Ganz wichtig ist auch, dass duolive immer wieder in den Medien vorgefunden wird. Auch in den deutschen Printmedien haben wir schon einige Artikel über unsere Produkte positionieren können. Und duolive hat auch sein eigenes Hochglanz-Magazin. Mittlerweile sind fünf davon erschienen und hier werden außer den Produkten auch viele Lifestyle-Fragen und andere wichtige Themen besprochen. Unser offizieller Partner ist Mercedes-Benz. Das bedeutet zum Beispiel, dass in Südpolen alle Kunden, die einen neuen Mercedes kaufen, anstelle einer Flasche Wein, ein Starter-Set Tag und Nacht von Duolive bekommen. Weil man sagt, das ist mit Sicherheit viel besser zu vereinbaren, mit der Idee sicher zu fahren. Und somit finden Sie auch in vielen, vielen Ausstellungsstellen bei Jager und bei Mercedes, können Sie unsere Produkte in Polen finden. Eine ganz, ganz wichtige Aktion ist unsere Aktion, ich lebe bewusst. Diese Aktion informiert tausende von Menschen monatlich darüber, was die Probleme sind und wie man diese lösen kann. Dementsprechend, die Idee ist, genießen Sie Ihr Leben, fördern Sie die Gesundheit von sich und Ihrer Familie und dementsprechend, wenn Sie anderen helfen, können Sie auch damit Geld verdienen. Und hier haben wir drei Bereiche. Das erste, was die meisten Menschen einfach brauchen, das ist die Gesundheit. Dann zusätzliches Geld. Und der Schlüssel hierfür ist die persönliche Weiterentwicklung. Durch die persönliche Weiterentwicklung können wir unsere Gesundheit viel besser fördern und können wir auch unsere finanziellen Möglichkeiten viel besser fördern. Und dementsprechend möchte ich Ihnen diese finanziellen Möglichkeiten nun vorstellen. Mit Sicherheit arbeiten Sie heute in irgendeiner Form und haben eine der fünf gängigsten Einkommensarten. Ob das ist, dass Sie ein Angestellter sind, ob Sie in einem Konzern arbeiten, ob Sie Ihr eigenes Geschäft haben, ob Sie ein Network Marketing nutzen oder ein Franchise Unternehmen. All diese fünf Arten haben verschiedene Möglichkeiten, wie man Geld verdient und haben ihre Vor- und Nachteile. Die Idee von Softmarketing ist, diese fünf Möglichkeiten zusammenzunehmen. Das bedeutet, Sie können genauso wie bei Ihrer Arbeitsstelle ein festes Gehalt haben. Wie im Konzern können Sie ein Firmenwagen bekommen. Wie, wenn Sie Ihr eigenes Geschäft haben, können Sie hier auch Ihr eigenes Geschäft im Rahmen der Regeln von Duolive machen. Sie können auch einige Werkzeuge vom Network Marketing nutzen. Und wir behandeln dies wie ein Franchise. Das bedeutet, Sie bekommen eine komplette Anleitung, wie Sie die Firma führen können. Wie Sie damit Geld verdienen können. Und das alles zusammen ist Softmarketing. Und natürlich können Sie selber entscheiden, ob Sie nur die Produkte nutzen wollen oder ein Kunde sein wollen, der Vorteile zusätzlich davon hat. Ein Clubmitglied oder ein Clubmitglied, das aktiv an diesem Club teilnimmt. Das heißt, dass ein Clubmitglied, das eine Karriere betreiben wird. Hier sehen Sie die verschiedenen Einkaufspreise. Die Preise sind natürlich unterschiedlich für jemanden, der nur die Produkte nutzt oder jemanden, der regelmäßig unsere Produkte nutzt oder für jemanden, der ein Clubmitglied ist. Und der Unterschied, der Preisunterschied, den können Sie natürlich nutzen, um zum Beispiel die Ware als Clubmitglied einzukaufen und jemanden zu verkaufen. Das heißt, traditionell können Sie natürlich unsere Produkte auch einfach nur verkaufen. Ganz wichtig ist, wenn Sie mit Duolive zusammenarbeiten wollen, wenn Sie ein Clubmitglied werden wollen, dann können Sie selber entscheiden, welche Produkte Sie bestellen, welche Produkte Sie nutzen wollen. Nehmen Sie diese einfach in Ihren Warenkorb. Und da wir heute in mehr als 37 Ländern vertreten sind, wird der Warenkorb nicht in Geld ausgedrückt, sondern in Punkten, damit Sie international überall immer über das Gleiche sprechen können und wird dann in Ihre Landeswährung umgerechnet. Einer der ersten Bonusse, den Sie erreichen können, ohne dass Sie besonders viel gemacht haben, ist der Loyalitätsbonus. Das bedeutet, wenn Sie vier Monate hintereinander Produkte von Duolive bestellen im Wert von 250 bis 500 Punkten, das heißt also ungefähr irgendetwas zwischen 80, 90 bis 160 Euro im Monat, dann bekommen Sie entweder ein Mini-Giftpack oder ein Maxi-Giftpack. Jedes Mal, wenn Sie vier Monate hintereinander bestellt haben, bekommen Sie für 25 Euro ein Giftpack dazu, das heißt ein Loyalitätsbonus, ohne dass Sie was anderes getan haben, als einfach nur unsere Produkte zu nutzen. Das ist die erste Art und Weise, wie man hier sich einen Vorteil verdienen kann. Die zweite Art, wie man Geld verdienen kann, ist, wenn Sie Personen Duolive empfehlen und diese Personen dank Ihrer Empfehlung sich bei uns registrieren, dann bekommen Sie für jede dieser Personen für die Erstbestellung einen einmaligen Bonus, der zwischen 14 bis ca. 100 Euro betragen kann. Das kommt natürlich darauf an, wie viel diese Erstbestellung ist. Gleichzeitig bekommen Sie aber auch für jede Bestellung, auch die Erstbestellung, immer 3% von allen Bestellungen aller Mitglieder, die bei Ihnen in der ersten, zweiten, dritten bis zur sechsten aktiven Linie sind, bekommen Sie immer 3% von dem Umsatz. Okay, ich sehe, Internet hat gerade ein Problem. Hört ihr mich noch? Okay, so, dann, das heißt bis zur sechsten aktiven Linie, das heißt, wenn jemand mal nichts kauft, dann wird einfach die gesamte Struktur aufgestockt für die Abrechnung, damit Sie bis zur sechsten aktiven Linie verdienen können. Das können mal schnell ein paar tausend Euro sein. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, wie Sie Geld verdienen können, ist, wenn Sie sagen, okay, ich möchte das professionell betreiben. Was brauchen wir dafür, das professionell zu betreiben? Ganz einfach, Sie finden drei Personen. Und sollten Sie diese drei Personen innerhalb von 30 Tagen finden, dann sind Sie ein goldener Group Leader. Als goldener Group Leader haben Sie eine besondere Auszeichnung und kriegen auch zusätzliches Geld. Dieses zusätzliche Geld ist ein Anteil von 2% des Gesamtfirmenumsatzes. Das ist eine einmalige Auszahlung, ist aber dementsprechend so wichtig, weil das, wenn Sie das machen und weiter in Ihr Team bringen, die dementsprechenden Verhaltensweisen an Ihr Team weitergeben. Außerdem als Golden Group Leader haben Sie das Recht, auch ein Produzent von Golden Group Leader zu werden. Und dementsprechend, wenn Sie Ihren direkt empfohlenen Personen helfen, auch Golden Group Leader in den ersten 30 Tagen zu werden, dann bekommen Sie von einem Prozent des Umsatzes einen Anteil für jede Person, die in dem jeweiligen Abrechnungszeitraum als Golden Group Leader registriert wurde. Und das ist genial, dass Sie schon ganz am Anfang Ihrer Karriere einen Anteil von den Umsätzen in Amerika haben können, in England haben können, in der Ukraine haben können, in Russland haben können oder in Italien haben können. Wir sind heute in mehr als 37 Ländern aktiv. Wenn Sie dann weitermachen, nach dem Gruppen Leader, werden Sie ein Team Leader, danach ein Executive Leader. Und damit haben Sie schon als Executive Leader, haben Sie das Recht auf eine Finanzierung zu Ihrem Auto. Sie haben ein Auto, Sie haben ein Auto, das nicht älter als drei Jahre ist. Sie haben das gekauft, per Kredit, per Leasing, was auch immer und können dann eine Zuzahlung von Duolive erhalten. Einzelheiten können Sie bei Duolive nachlesen. Und jetzt kommt die Position, auf die ich mich konzentrieren möchte. Das ist der Regionalmanager. Als Regionalmanager, und das ist ein Level, was Sie erreichen können innerhalb von einem halben Jahr bis zum Jahr, wenn Sie das dementsprechend konzentriert angehen, können Sie ca. 1000 Euro verdienen und haben zusätzlich dazu das Anrecht auf eine Urlaubsreise je Jahr. Und auch das Anrecht auf einen unserer Firmenwagen für elf oder zwölf Monate. Und hier ist ohne Anzahlung, ohne ein Liquiditätsnachweis, ohne Versicherung zu zahlen, alles wird von Duolive bezahlt. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist sicherzustellen, dass das Auto genug Benzin oder Diesel hat. Ob Sie nun lieber ein Mercedes oder lieber ein Jaguar haben, oder vielleicht jetzt mittlerweile als neues Programm haben wir auch ein Range Rover dabei. Das ist Ihre Entscheidung. Mittlerweile fahren mehr als 150 Autos über Europastraßen. Und so sieht das aus, wenn wir so eins unserer monatlichen Treffen haben. Da werden dann die Autos so an die dementsprechenden Regionalmanager übergeben. Was jetzt für Sie wichtig ist, als Regionalmanager, hier steht zwar, dass Sie ein Team brauchen von 100 Personen, das ist auch korrekt. Aber es reicht, dass Sie zwei Personen helfen, dass die Exekutiv Leader werden. Wenn Sie ein Team haben von fünf Leuten und konzentrieren Sie sich auf die zwei Besten und helfen denen, dass die Exekutiv Leader werden, dann werden Sie Regional Leader. Und genau so läuft das bei uns über alle Level bis zum Generaldirektor. Wenn Sie natürlich weiter wachsen, können Sie auch mehr Geld verdienen. Dann als Direktor haben Sie auch Anrecht auf eine zweite Urlaubsreise. Diese Urlaubsreise ist dann schon für zwei Personen und unsere Reisen sind immer sieben Tage all inklusiv. Und mit der Zeit wächst unser Team und wir können mehr Geld verdienen. Und was noch eine zusätzliche Möglichkeit für Sie ist. Wenn Sie die dementsprechenden Ränge in der richtigen Zeit erreichen, dann kriegen Sie noch zusätzliches Geld. Zum Beispiel sollten Sie den Regionalmanager innerhalb von 120 Tagen erreichen, ab dem Moment, wo Sie angemeldet wurden, erhalten Sie zusätzliche 2.000 Euro zu Ihren Provisionen, zu den Anfangsprämien, den Startprämien, zu der Reise, zu dem Auto, kriegen Sie nochmal 2.000 Euro dazu. Und das denke ich, das ist mehr, mehr als korrekt. Hier sehen Sie den kompletten Plan der Karrierestruktur. Und natürlich gibt es noch höhere Ränge als den Regionalmanager. Nur in dieser ersten Vorstellung möchte ich mich einfach auf einen Rang konzentrieren, den der Großteil der Menschen erreichen kann. Wenn Sie mehr erreichen wollen, sprechen Sie mit der Person, die Sie einladen hat. Und dementsprechend, was ist zu tun? Wenn Sie 5 bis 10 Personen haben in Ihrem Team, dann haben Sie Produkte und Schulungen, im Prinzip können Sie die von Ihren Provisionen bezahlen. 20 bis 25 Personen, dann haben Sie 250 bis 500 Euro. 60 Personen oder mehr, dann haben Sie schon 800, 900, 1000 Euro und können schon eine Zuzahlung zu Ihrem Auto haben. 100 Personen, 1250, Urlaubsreise, Jaguar, Mercedes oder Range Rover. Und nun die Werkzeuge. Wie kann ich das Ganze realisieren? Zum einen gibt es unsere Gesundheitsclubs. Die Business Gesundheitsclubs, das bedeutet, wir treffen uns regional mit einer Gruppe von Leuten, stellen das neuen Leuten vor, erkundigen uns über Neuheiten, über Möglichkeiten, über Trainieren, machen Weiterbildung und dementsprechend in einer sehr angenehmen Atmosphäre können wir neue Leute kennenlernen und zusätzliches Geld verdienen. Das zweite ist Duolive Online. Zehnmal in der Woche wird präsentiert Duolive Online in Polnisch und einmal in Deutsch. Auf der deutschen Präsentation sind Sie heute. Das können Sie jedem Ihrer Partner, können Sie den Link zukommen lassen oder Ihrer Kandidaten, damit die sich anschauen, ob das für die Sinn macht, ob das für die eine Möglichkeit für die Zukunft ist. Und dann kann man danach ein genaueres Gespräch führen. Das nächste Werkzeug, das sind unsere Konferenzen, ich lebe bewusst. Eine der nächsten Konferenzen wird auch in Deutschland stattfinden. Und zwar am 23. Juni in Euskirchen. Fragen Sie bitte die Person, die Sie eingeladen hat, damit Sie dann hier auch Tickets bekommen. Und eins unserer Top-Tools, das ist BDS, Business Development Centers. Das sind Ein-Tages-Seminare, auf denen all das, was ich jetzt innerhalb von 40, 50 Minuten zusammen mit Dagmara Ihnen vorgestellt habe, All das wird innerhalb von einem Tag genau erklärt, von A bis Z, damit Sie die Produkte verstehen, damit Sie den Marketingplan verstehen, damit Sie verstehen, wer das Ganze macht und was unsere Philosophie ist. Und dann ganz am Ende, das beste Tool, was ich also liebe, das ist LDS, Leadership Development Seminars. Das bedeutet Weiterbildung, drei Tage Weiterbildung. Das ist immer wieder sehr, sehr gern gesehen, wenn wir 500, 700, 1000 Leute in der großen Halle haben und uns in Gruppen weiterbildend wachsen. Weil nur, wie Einstein gesagt hat, nur wenn man was anderes macht, kann man andere Ergebnisse erreichen. Oder es ist Wahnsinn, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Dementsprechend arbeiten wir mit einer externen Firma für die Weiterbildung zusammen. Das sind Top-Trainer und zwar ist das die Firma Personal Excellence Network, die zum einen all unsere BDS, LDS und auch andere Veranstaltungen beaufsichtigt, beziehungsweise auch betreut, aber auch unseren gesamten Coaching-Prozess immer wieder unterstützt. Und das ist genial. Das bedeutet, dass unsere Weiterentwicklung, unsere Fortentwicklung wird nicht durch uns selber kontrolliert und vorangebracht, weil dann wären wir diejenigen, die das Limit sind, sondern durch professionelle Trainer, die in Europa anerkannt sind. Sollten Sie keine Zeit haben, sich regelmäßig an solchen Trainingsveranstaltungen teilzunehmen, dann können Sie natürlich unsere Hörbücher nutzen. Heute sind die leider nur in polnisch und in russisch vorhanden, aber in Zukunft werden wir diese auch in Deutsch haben. Das heißt, diese Werkzeuge können Sie nutzen, um drei Personen zu unseren Veranstaltungen mitzubringen und mit denen ein Team aufzubauen. Und das macht Sinn, wenn Sie sich mal anschauen, für 2015, 2017 wurden ca. 8 Millionen Euro an Provisionen an unseren Clubmitgliedern ausgezahlt. Wir haben im Jahr 2017 nochmal eine Steigerung von 300%, im Zeitraum 2015, 2017 sogar 1000%. 2018 bringt neue Produkte, neue Länder, neue Werkzeuge. Nutzen Sie dies. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Sie diese fünf Steps machen, sprich einmal anfangen, die Produkte zu nutzen und Ihren Freunden darüber zu erzählen, zum Zweiten dann mit einer Gruppe von fünf bis zehn Leuten zusammenzuarbeiten, um denen zu helfen, dann werden Sie wachsen, dann werden Sie auch schon Ihre ersten Produkte umsonst haben und Geld verdienen. Wenn dann aus dieser Gruppe 25 aktive Leute werden, haben Sie schon ca. 250 Euro je Monat. Wenn Sie diesen helfen, dass die auch selber 250 Euro verdienen, dann sind Sie schon auf einem Level von 1000 Euro oder wie viel Sie auch immer verdienen möchten. Dementsprechend, 2018 ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Das wird ein sehr dynamisches Jahr. Nutzen Sie dieses für uns, für sich und für uns gemeinsam. Dementsprechend, wenn Sie Ihre Träume verwirklichen wollen, dann brauchen Sie die dementsprechende Gesundheit, brauchen Sie das dementsprechende zusätzliche Einkommen und brauchen Sie die dementsprechende Weiterentwicklung. Nur dann können Sie sich Ihren Wünschen wirklich nähern. Und dann können Sie vielleicht auch irgendwann mal am Strand sitzen und sich überlegen, was Sie sonst noch erreichen wollen. Wenn Sie mehr Informationen zu diesem Thema haben möchten, dann schauen Sie bitte unter www.navigator.duolive.eu nach. Auf der rechten Seite oben sehen Sie dann die deutsche Flagge. Wenn Sie die anklicken, dann haben Sie das alles in Deutsch übersetzt, können sich das alles durchlesen. Und ich bin davon überzeugt, dass das eine Alternative ist, neben Ihrem aktuellen Job, um einfach etwas Besseres zu machen. Mein Name ist Dietmar Dahmen und ich freue mich, dass Sie die letzten 40 Minuten mit mir verbracht haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wenden Sie sich an die Person, die Sie eingeladen hat und fragen Sie, wenn Sie interessiert sind, wie man sich eintragen kann und wie man noch mehr erfahren kann. Vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Restmontag.